Ich will deinen Gewichtszirkus angucken während du's tot... Markiere einen Einstiegspunkt für dein Team, du wirst... Achtung, das Gas breitet sich aus! Zur Sicherheitszone gehen! Dein Primärziel ist das, sie alle zu töten! Nächstes Ziel entdeckt! Sie sind irgendwie weitergelaufen, ich kann ja aber auch gar nicht sagen genau wohin... Glas gehört? Mal gucken, was du hier noch... Ja... Hier war jemand! Wachsamler! Einer K.O. Er hat dahin gehobbt... 17 Meter, der ist hier im Haus drin... Ah, ich seh ihn, warte... Ich hab den Wipe... Nice! Sind jetzt zwei oben drin? Hab die Seite, äh, die auf mich gelenkt... Einer K.O. Nice! Ah, tot! Einer tot? Das Kopfgeldziel wurde ausgeschaltet, gut gemacht! Oh, da ist einer drin oben! Ah... Das ist der Gulag! Das ist der Gulag! Nasebeinbruch! Klassischer Kieferbruch! Klassischer Kieferbruch! K.O. Team ausgelöscht! K.O. Das hier? Ja, einer ist daun! Was ist der? Was ist der da vorne? Wenn wir hinter dem Feld kommen? K.O. 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 Von links? K.O. 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 Der ist runter gesprungen. Ich gebe den Busch weiter. Ja. Super! Das Gas verbreitet sich. Schnell in die neue Sicherheitszone! Ich habe eine Schutzweste gefunden! Hier ist noch Munition. Noch zwei andere, aber jeweils einzeln. Bei mir, bei mir, bei mir. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Hinter uns. Mission abgeschlossen. Alle Ziele eliminiert. Yes. Nice. Easy. Boah ey, aber was für ein Finale ey.